Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Es ist mal wieder ein neuer Patch für die Definitive Edition rausgekommen, Age Vampires 3 natürlich. Kam gestern Abend, 19.01. und wir wollen euch das Ganze einmal so ein bisschen zusammenfassen. Mal schauen, wie kurz wir es diesmal hinbekommen. Genau, richtig. Es geht um das Update 13088, das, wie Java sagte ja gestern, herausgekommen ist. Es ist ja mittlerweile so, dass man jetzt zu diesem monatlichen Update-Zyklus übergegangen ist, also jeden Monat ein größeres Update statt vielen kleinen. Genau, und deswegen hat auch dieses Update natürlich wieder einiges mitgebracht. Das erste ist, es gibt bei Stability und Performance wieder ein paar Verbesserungen. Es sind ein paar Crashes gefixt worden, eine Speicherbeschädigung ist noch entfernt worden, also alles gute Sachen. Die sind uns jetzt alle, die hier drinstehen, bisher nicht untergekommen, aber was weg ist, ist weg. Insofern, ja, gibt es glaube ich eigentlich nicht viel zu monieren. Probleme mit Höhlen, Terrain, Heimatstadt, alles Mögliche. Auf jeden Fall alles, was das Spiel stabiler macht, ist gut. Gut. Grafik ist das nächste. Auch hier ehrlicherweise Kleinigkeiten. Irgendwelche Sachen in der Heimatstadt in Spanien und in der schwedischen Heimatstadt wurden Sachen falsch angezeigt. Die Urumi haben keine Schilde gehalten im Szenario-Editor. Alles nichts, was das Spiel jetzt irgendwie ruiniert hat, aber trotzdem gut, dass da Kleinigkeiten auch gemacht werden. Richtig. Nächster Punkt, User-Interface. Es gibt jetzt eine Änderung, und zwar, dass also die Bestenliste des Leaderboard mehr als die ersten 200 Leute anzeigt. Das heißt, wenn man also nicht hinter diesen ersten 200 ist und gerne trotzdem sehen möchte, wo man gerade in der Bestenliste steht oder nach einem spezifischen Spieler suchen will da drin, dann ist das jetzt ein bisschen angenehmer, weil man da jetzt also auch über die ersten 200 Einträge hinwegkommt. Also, ja, eine schöne Änderung. Genau. Dann eine Änderung, die wir ganz schön finden, ist, dass man jetzt, wenn man das Gefecht gewonnen hat oder aufgibt oder besiegt wurde, man einerseits dieses Icon davon, dieses Logo praktisch wegklicken kann. Und man kann aber auch direkt mit einem Klick in das Postgame gehen, in die Statistiken und sich das im Detail anschauen und muss nicht mehr oben über Menü und dann Statistiken einzeigen gehen. Einstellungen und dann genau, dann irgendwie da Einstellungen, Statistik, genau. Schöner Shortcut auf jeden Fall, um nach dem Spiel alles nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, wie wir das ja gerne tun. Jawoll, da gibt es jetzt zwei gut sichtbare Buttons direkt in der Mitte vom Bildschirm für, nachdem das Spiel vorbei ist. Und ja, schöne Änderung. Es gibt noch einen anderen Shortcut, den ich ganz nett finde, dass man beispielsweise von der Heimatstadt auch aufs eigene Spielerprofil wechseln kann. Der eigene Spielername auf Steam wird jetzt auch angezeigt im Hauptmenü direkt. Das ist auch ganz schön und es gibt ein paar Änderungen in den Trees, in den Tech-Trees und in den Deck-Trees. Genau, finde ich eigentlich auch ganz gut. Das mit den Tech-Trees, das sind Kleinigkeiten, da waren mal Sachen falsch platziert oder falsch benannt. Das ist alles nichts, was das Spiel irgendwie kaputt gemacht hat, aber ja, Kleinigkeiten, die repariert werden müssen. Leppert sich halt trotzdem, genau. Und also es soll jetzt irgendwie halt einige der Tech-Trees ein bisschen übersichtlicher machen. Was mir immer noch fehlt zu diesem Thema, sind diese Baum-Trees, die es beim normalen Age of Empires 3 gab. Also irgendwie, dass die Karten sozusagen mit Linien verbunden waren, sodass irgendwie klar ist, das ist sozusagen eine Verbesserung der anderen Karte. Baum-Trees finde ich übrigens sehr schön. Du meinst die Deck-Trees praktisch. Kartenbäume. Genau, also Karten. Ich hab, ich hab, äh... Nein, nein, ich hab, ich hab, ich hab Baum-Trees. Ja, Baum-Trees, ja genau. Du meinst, dass man die Karten, die man nicht im Deck hat, praktisch in so einer Baumstruktur sieht. Das war ja im Grundspiel motiviert dadurch, dass man die Karten nacheinander freischalten musste. Das ist jetzt natürlich nicht mehr, aber es hat die Karten gut zusammengruppiert irgendwie. Genau, richtig. Ja. Ja, Settings gibt's eigentlich nicht wirklich was Relevantes. Sie haben einfach nur den, äh, ja, den, den Fenstermodus umbenannt. Das ist jetzt irgendwie nicht so richtig relevant. Selbiges gilt für die Änderungen bei den Event-Challenges. Ja, vielleicht eine Sache, die wir kurz an der Stelle einmal einwerfen können zum Thema UI und Grafiken, wovon es leider auch keinerlei, äh, ja, keinerlei Info gibt, sind die Outlines. Äh, wir haben das Problem ja gelöst, indem du dir einen neuen Rechner gekauft hast. Kann ja nicht die Lösung sein, äh, wir versuchen da auch schon regelmäßig auf dem, im Forum irgendwie, äh, die Wände hochzugehen und so, aber irgendwie scheinen sie das immer noch nicht wirklich als ernstes Problem anzuerkennen, gerne da mal im Forum irgendwie was zu schreiben, wenn ihr unter demselben Problem leidet. Exakt, richtig. Also, die Besitzer älterer Nvidia-Grafikkarten müssen da leider weiterhin mit diesem Bug leben und, äh, ja, ich glaube, das ist ehrlicherweise auch genau der Punkt, warum es nicht so hohe Priorität hat, weil es eben halt nur Leute mit alten Grafikkarten betrifft. Ja, schade, dass sie da nicht drauf eingehen, aber, naja, was soll man machen? Ähm, kommen wir zum Gameplay. Da gibt's ein paar Sachen. Jo, richtig, auf jeden Fall. Ähm, das Erste ist, also, es war wohl scheinbar möglich, dass man also auf halbfertig gebauten Wellen Gebäude platzieren konnte. Und, äh, das ist ja irgendwie ein bisschen, ja, merkwürdig, das ist jetzt also wohl, äh, schwieriger oder gar nicht mehr möglich. Ähm, das Nächste ist... Ja, bitte? Ähm, ich wollte nur weitergehen. Äh, das Problem mit dem Handelsposten haben wir ja teilweise bei uns auch schon in Videos gehabt, dass man einen Handelsposten in Auftrag gibt, aber der Kundschaft hat ihn aus irgendeinem Grund nicht baut. Es scheint daran zu liegen, wenn eine feindliche Einheit in der Nähe von dem, von der Platzi, also von dem, von dem Handelspost, von dem ungebauten Handelspost in der Nähe steht, dass der da nicht gebaut wurde, da scheinen sie sich drum zu kümmern. Da gibt's jetzt weitere Sicherheitsabfragen in der Software anscheinend. Genau, richtig, damit man also jetzt mit Einheiten den Bau von Handelsposten nicht mehr verhindern kann. Ähm, Hotkey-Support, okay. Okay, Shaski können jetzt auch Dorfzentren und Handelsposten konstruieren, wenn sie über eine Teamkarte praktisch geschippt werden. Also, die Inka haben ja die Team-Shaski und dann konnten die Teammates halt den Zugriff auf diese Shaski-Läufer bekommen. Die konnten anscheinend die Gebäude nicht bauen, die sie eigentlich bauen können sollten. Das geht jetzt. Gut, so soll's auch sein. Genau, richtig. Und dann gibt's jetzt also ein paar Exploits, also ein paar, ja, so Fehler, die von Spielern genutzt wurden, um sich unfaire Vorteile zu schaffen, die jetzt eben beseitigt wurden. Das ist auch wieder ein Wort, das man extremst schlecht übersetzen kann. Ja, Exploit. Das ist eigentlich ein stehender Begriff, insofern, ja, ich werd ihn jetzt auch benutzen. Also, allen voran gab es ein Problem, dass es wohl bestimmten Spielern möglich gemacht hat, einen Hack zu benutzen, der es also erlaubt hat, die gesamte Karte jetzt einzusehen, obwohl man sie noch nicht erkundet hat, was natürlich ein absolut unfairer Vorteil ist, das brauch ich nicht immer noch mal erzählen. Und da haben sie jetzt Maßnahmen ergriffen, um eben das zu verhindern. Zweierlei Maßnahmen. Das eine ist, dass es wohl unter Umständen möglich war, die Steuerung für aufgezeichnete Spiele auch in ganz normalen Live-Spielen zu aktivieren. Da konnte man ja also jeweils so ein Häkchen anmachen, ob man den Kriegsnebel an- oder ausschalten will. Ja. Und das andere ist, dass also, ja, andere, das ist ja sehr vage formuliert, andere Kriegsnebelfunktionen in Multiplayer-Matches jetzt auch deaktiviert wurden. Was auch immer das heißen mag, aber wenn es den Exploit behebt, hey. Umso besser. Genau. Dann gab es einen Exploit, dass man anscheinend revolutionieren konnte. Revolutionieren? Doch, ist richtig so, ne? Ja, revolutionieren konnte und auch im Realzeitalter voranschreiten konnte. Das kann natürlich auch gar nicht sein. Beziehungsweise Age-Up steht hier nicht im Realzeitalter, aber davon gehe ich mal aus, weil das ja das Age-Up ist, was man dadurch nicht bekommt. Ist gut, wenn sie sich darum kümmern. Und es gab anscheinend auch die Möglichkeit, diese Dopp-Box zu machen. Der eine oder andere kennt ja vielleicht noch die Kev-Box, sodass man ganz viele Einheiten auf ganz wenig Fläche zusammenfasst, die dann halt zusammen einen sehr hohen Belagerungsschaden machen und auf der Karte kaum zu sehen sind. Und das ging ja anscheinend auch mit Doppelsöldnern. Und da haben sie jetzt anscheinend auch einen Exploit gesichert, damit das nicht mehr geht. Sehr schön. Jawollo. Richtig. Und es gibt zwei wichtige Fixes, die uns wirklich ein hohes Anliegen waren. Das eine ist, sie haben endlich diesen seit der Beta bestehenden Fehler gelöst, dass wenn man also in seinem Deck auf Karten gedrückt hat, weil man die aus dem Deck entfernen wollte, dann zufällig manchmal die Karte daneben entfernt wurde, statt der Karte, die man eigentlich loswerden wollte. Ja, finally. Das verstehe ich echt nicht, warum das so lang gedauert hat. Ich weiß es auch nicht. Das andere ist, was wir jetzt auch teilweise in unseren letzten Spielen und Videos hatten, dass wenn man Handelsposten gebaut hatte, die AI, also die KI-Charaktere, auf einmal irgendwelche Provokationen gesendet haben, obwohl sie gar nicht im Spiel sind. Auf jeden Fall auch sehr schön. Das ist hier unten das Issue. Ansonsten Kleinigkeiten, die jetzt nicht so wichtig sind, aber die beiden sind, glaube ich, schon nennenswert. Auf jeden Fall. Du hast schon eine Handelsposten, du hast wohl schlicht gewirtschaftet. Ja, genau. Kampagnen-Missionen und historische Schlachten gab es ein paar Änderungen. Spielen wir nicht, wisst ihr ja. Wir haben die Kampagne irgendwann auf jeden Fall mal gespielt damals, aber jetzt halt nicht mehr. Und es ist auf jeden Fall trotzdem schön, weil es natürlich für viele Leute auch Motivation bereithält, das Spiel zu spielen. Und es ist gut, wenn man sich darum kümmert. Genau, richtig. Und dann kommen wir zum großen Abschnitt, und zwar Sith-Balancing, also das Ausloten, Ausrichten der Zivilisation in Age of Empires 3. Genau. Ja, da gibt es ein paar Sachen. Der erste Punkt ist hier irgendwie, also ich weiß nicht, was er hier in diesem Bereich zu suchen hat. Das ist eigentlich in dem Sinne keine Balance-Änderung, aber da muss ich jetzt vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Es gibt im Prinzip Infanterie in Age of Empires 3 Definitive Edition, und bestimmte Arten von Infanterie haben zusätzlich noch eine weitere Gruppierung bekommen, nämlich entweder leichte oder schwere Infanterie. Infanterie mit dieser zusätzlichen Gruppierung, schwere Infanterie, das war dann sowas wie Musketiere oder Pekiniere oder Hillebadiere. Ganz normale Infanterie ohne zusätzliche Gruppierung, das war dann sowas wie Plenkler oder die Grenadiere oder die Bronze-Farbitzen der Osmanen auch. Und dann gab es leichte Infanterie. Und leichte Infanterie, verwirrenderweise, sind eben nicht die Plenkler-Einheiten, sondern das sind diese Kavallerie-Einheiten der indianischen Völker. Also Koyotenläufer, Chimo-Läufer, Chaski-Läufer zum Beispiel, aber eben auch die Adlerläufer-Ritter, also die Dragone-Einsatzeinheit der Azteken. Richtig. Die sind im Spiel dann irgendwann als, also jetzt zum besseren Verständnis in HFM 3 Definitive Edition dann nur noch als Schock-Infanterie bezeichnet worden. Und die Nahkampf-Schock-Infanterie, die ist aber dann immer noch aus irgendeinem Grund, wenn es eben darum ging, irgendwelche Boni irgendwo anzuzeigen, als Abstract Coyote Man angezeigt worden, was natürlich völlig nichtssagend ist. Liegt daran, dass die Koyotenläufer natürlich so die bekannteste Einheit aus der Reihe der Abstract Coyote Man war. Die wurden jetzt unbenannt in Hand-Schock-Infanterie, also Nahkampf-Schock-Infanterie. Nahkampf-Schock-Infanterie, ja. Genau, und die Ratternschilde und Tiger-Klauen gehören jetzt auch dazu. Macht absolut Sinn. Genau, das ist einfach bessere Verständlichkeit, wenn ich es erlaube. Richtig. Dann gibt es noch eine Änderung für die Native-Scouts und die Chaski-Läufer. Da war es so, dass die im ersten Zeitalter weniger Schaden gegen Siedler machen, damit man zum Beispiel irgendwie am Roten Vor die Siedler, die das bauen oder so, die nicht direkt killen kann. Und es war so, dass mit dem Erreichen des Handelszeitalters dieser Malus praktisch aufgehoben wurde. Und das ist jetzt anders. Und zwar wird der jetzt nur noch aufgehoben, wenn man die verbesserten Scouts aus der Heimatstadt schickt oder die Aymara-Verbesserungskarte für die Chaski-Läufer. Finde ich auch gut, weil so Native-Scouts und Chaski-Läufer durchaus ja hin und wieder mal einfach umzunerven, angefangen haben, Siedler anzugreifen. Und die machen auch ein bisschen Schaden, wenn sie dann erstmal im Handelszeitalter sind. Es ist schön, dass sie das geändert haben, finde ich, weil sie sind als Einheit natürlich nicht dafür ausgelegt oder gedacht. Irgendwie Siedler abzumorxen, genau. Richtig. Und man kann sie darauf verbessern, wenn man will, dann ist auch gut. Ja, Piraten, Privateers, Tiger-Klauen, ist alles nicht ganz so wichtig, sind nicht so oft gesehene Einheiten. Nee, richtig. Also die Punkte sind nicht so relevant. Aber hier bei den Kartenänderungen gibt es eine durchaus interessante Änderung, würde ich sagen. wie relevant sie ist, das muss man mal gucken. Ihr kennt sicherlich noch die Karte Umfassende Befestigungen. Die war bisher im Zweiten Zeitalter für einige Völker verfügbar. Die hat das Außenposten-Limit im Prinzip erhöht. Genau, von 7 auf 14, glaube ich. Die wurde jetzt verlegt ins Erste Zeitalter. Genau, das ist die erste Änderung, was gut ist, weil das dafür sorgt, dass man eben halt im Zweiten Zeitalter mehr Karten frei hat. Im Zweiten Zeitalter hat man ja immer das Problem, dass man eigentlich mehr mitnehmen will, als man kann. Und im Zweiten Zeitalter gab es sehr wenig Leute, die gesagt haben, ja, umfassende Befestigung ist mir so wichtig für mein Late-Game oder für eine Turtle-Taktik, dass ich dafür irgendwie 700 Holz nicht mehr nehme. Ja, genau. Ja, richtig. Jo, also, diese Karte ist jetzt in einer Variante im Prinzip allen Völkern zugänglich, kann im ersten Zeitalter geschickt werden, erhöht das Baulimit von diesen Außenposten-Gebäuden, also irgendwie was weiß ich, eben Kriegshütten, äh, nicht vor, sorry, Blockhäuser und Außenposten eben halt um 100%. Und Burgen auch, ne? Ja, sorry, Burgen auch, ist richtig. Ja. Und das Letzte, ähm, was jetzt auch neu dazugekommen ist, ist, dass sie jetzt also auch die Lebenspunkte von Wellen und Force um 25% erhöht. Das heißt, es ist jetzt also, wie der Name sagt, eben eine umfassende Befestigung, äh, also, bringt halt allen, äh, defensiven Militärgebäuden halt etwas und, äh, insofern ist es vielleicht jetzt also auch eine validere Option, als es das eben vorher war. Insbesondere für Vertragsspiele ist es jährlich interessant, weil man sie jetzt halt ins Erste packen kann und da hat man meistens irgendwie eh noch Platz frei und dann kann man halt 14 Außenposten hinstellen statt sieben und es ist aber natürlich auch für Turtle-Taktiken durchaus interessant. Japaner, die irgendwie gerne ein paar Welle bauen, vielleicht ein, zwei Burgen und so, das, das Baulimit auf Burgen zu erhöhen, ist da vielleicht noch nicht so wichtig, aber dass halt 25% Lebenspunkte auf Wellen und Burgen sind, ist halt schon wieder was anderes und man kann es halt einfach ins Erste packen. Ja, genau. Dann kommen wir zu den ersten, also, zivilisationsspezifischen Änderungen und zwar betreffen die die Inka. Diese Keulenkämpfe am Dritten, also die man im Dritten bauen kann, diese langsame, sehr starke Einheit von den Inka, die ist ein bisschen angepasst worden und zwar war es wohl bisher mit denen, obwohl es so gedacht war, nicht möglich, Einheiten ordentlich zu snaren, für diejenigen unter euch, denen der Begriff nicht sagt. Snaring, das ist der Effekt, dass wenn man eine Einheit trifft, dass sie dann für kurze Zeit etwas langsamer läuft, was es eben ermöglicht, schnellere Einheiten eben halt trotzdem einzuholen, obwohl sie eigentlich schneller sein müsste. Genau, im Nahkampf treffen. Das ist wichtig, das ist das Snaring. Ja, im Fall von den Keulenkämpfern natürlich im Nahkampf, das ist völlig korrekt. Genau, ansonsten, ja, können jetzt auch Schiffe angreifen, ist schön, und ist nicht so relevant, der Rest von den Änderungen, die Keulenkämpfer betreffen, aber es gibt noch ein paar weitere Änderungen, die dieses Volk als Ganzes betreffen oder andere Einheiten betreffen. Die Chaski-Däufer können keine Indianer-Botschaften mehr bauen, das war irgendwie für die Treaty-Balance scheinbar relevant. Die Kalankas, also die Adelshütten, wenn man so will, von den Inka, die können jetzt weitere Einheitentypen einquartieren, für die unter euch die Inka noch nicht gespielt haben. Der Witz dabei ist, wenn man sie also in diese Adelshütten einquartiert, dann verbrauchen Einheiten keine Bevölkerung mehr. Man kann damit also dann sozusagen überpoppen, nennt sich das, also sprich, man kann mehr Einheiten bauen, als man eigentlich Bevölkerung frei hat, indem man eben Einheiten in diese Kriegshütten einquartiert. Beziehungsweise jetzt ist es ja so, dass sie weniger Bevölkerung brauchen, nicht gar keine mehr, sondern weniger, glaube ich. Ja, kann sein, aber jedenfalls war es bisher nur mit bestimmten Einheitentypen möglich, das zu tun und jetzt ist es wieder mit allen Einheitentypen, mit Ausnahme von Artillerie möglich, die also in Gebäude, also in diese Kalankas einzukartieren. Artillerie ging ja früher auch, das war halt komplett kaputt. Das haben sie ja schon vorher mal weggepatcht. Ja, und die Federsperrkämpfer wurden auch angepasst, die Plumed Sparemen. Und zwar machen die jetzt deutlich weniger Belagerungsschaden. Die haben vorher 42 gemacht, jetzt nur noch 35. Gedacht ist das, um Base-Trades weniger effizient zu machen für die Inka und auch im Late-Game andere Einheiten zu, ja, einfach zu motivieren, also die Huaraka und Mace-Man als Belagerungseinheiten irgendwie wertvoller zu machen. Ist ein bisschen interessant, weil die Inka jetzt im Late-Game auch nicht unbedingt das Volk sind, was gerade viel zu gut ist so. Man könnte ja einfach die Einheiten ein bisschen besser machen und ein bisschen attraktiver machen. Stattdessen hat man jetzt die Federsperrkämpfer schlechter gemacht. Aber gut, wird sich dann zeigen, ob sich das lohnt oder nicht. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sie übertriebens stark waren, aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass sie irgendwie, ich glaube jetzt auch nicht, dass sie jetzt unspielbar werden durch die Änderungen. Ne, das glaube ich auch nicht. Aber also, ich meine, den Belagerungsangriff erstmal um einen Sechstel zu nerfen, ist natürlich für eine Schwer-Einheit, die ja im Prinzip nur zwei Möglichkeiten hat, nützlich zu sein, nämlich entweder gegen Kavadrie oder eben gegen Gebäude schon einfach ein krasser Move. Ja, wobei die halt auch so schnell waren. Die sind dann halt auch immer schnell gewesen, um Handelsposten einzureißen und so. Das ist schon, ich verstehe das schon, vor allem weil sie ja relativ günstig waren. Ja, und ansonsten wurden noch die Bolas-Karten angepasst. Sorry, wenn ich dir da über den Mund fahre. Genau, man kriegt jetzt immer einen Bolas-Krieger mehr mit den Heimertschirpladungen. Vielleicht aber einen Fuß. Genau, und im vierten sogar drei mehr statt 13, 16 Bolas-Krieger. Schön. Genau, kann man mehr Goons bauen, ist nett. Oder beziehungsweise sich mehr schicken lassen. Bei den Indern gibt es eine schöne Änderung, wie ich finde, und zwar gibt es ja diese Karte, die dafür sorgt, dass die Bevölkerungseinheiten, die Elefanten einnehmen, reduziert werden um eins. Das hat aber eigentlich immer noch nicht gereicht, um die Elefanten wirklich valide zu machen. Deswegen ist jetzt diese Karte für Belagerungselefanten verbessert worden. Also jetzt reduziert sich die Bevölkerung von Belagerungselefanten um zwei statt um eins mit dieser Karte, was sie dann durchaus wahrscheinlich zur durchaus angenehm einzusetzenden Einheit macht. Ich habe die vorher nicht gerne gebaut, weil ich immer noch das Gefühl hatte, dass sie für das, was sie geleistet haben, in der Regel sehr viel Bevölkerung eingenommen haben. Was nicht heißen will, dass sie vorher nicht gebaut wurden. Also insbesondere auf Wasserkarten sind die gerne als Antischiffeinheiten gebaut worden. Aber das macht sie jetzt einfach noch ein bisschen angenehmer zu spielen. Das finde ich durchaus gut. Ja, richtig. Vor allem macht es die Karte auch noch ein bisschen wertvoller. Es war halt sonst eine Karte, die wirklich wirklich Late Game halt auch wieder war. So, weil man irgendwann erst im Late Game wirklich in das Problem kommt, dass man mit den Elefanten so viel Bevölkerungsplatz einnimmt. Und solche Karten ein bisschen attraktiver zu machen, finde ich immer ganz, ganz schön. Ja, dann bei den Osmanen gibt es eine kleine Änderung, die jetzt nicht mega wichtig ist, aber wir können sie ja kurz nennen. Und zwar die Teamkarte, dass man Teamverteidigung, dass man Außenpostenwagen im Team bekommt, die liefert jetzt stattdessen Militärwagen. Ist trotzdem eine Karte, die im 1 vs. 1 natürlich gar keinen Sinn macht. Im Teamspiel, glaube ich, erst ab einem 3 vs. 3. Es ist halt eine H3-Karte. Im dritten Zeitalter gibt es eine Menge andere wichtige Sachen, die man braucht. Aber wenn man gerade vielleicht irgendwie seine Mates im Spiel und im Team irgendwie supporten will, ist das vielleicht gut. Ich glaube nicht, dass es das Spiel jetzt komplett ändern. Im Gegenteil, vielleicht sind Militärwagen sogar ein bisschen hilfreicher als Außenpostenwagen. Ja. Genau. Und bei den Spaniern gab es ein paar Änderungen, einige Nerves, aber auch einige Buffs. Das erste ist, das Age of Games 2. mit den Spaniern, der Logistiker. Der sorgt dafür, dass man mit jedem Age 1 Shipment, was man sich nach dem Age of Games 2. dann schicken lässt, drei Ressourcenkisten bekommt. Also 100 Holz, 100 Nahrung und 100 Gold. Das betrifft jetzt einfach weitere Karten im ersten. Das heißt also, jetzt ist auch die verbesserten Gebäude, der Heißluftballon, die indianischen Weisheiten und die umfassenden Befestigungen davon betroffen. Das heißt also, das macht vielleicht dieses Age of noch ein bisschen valider, zumal die Spanier ja also den Quartiermeister, also die 400 Holz als Age of ins Zweite nicht haben. Ja, man kann darüber streiten. Natürlich sind irgendwie plus 300 Ressourcen schon vorhanden, aber es ist natürlich nichts gegen den 700er Ressourcenschip mit dem Zweiten. Aber man kann auf jeden Fall darüber streiten und mehr Karten damit auszustatten. Das macht es auf jeden Fall noch ein bisschen besser. Genau. Genau, richtig. Und dann die päpstliche Garde. Der eine oder andere weiß es vielleicht, wir haben es bei uns auf dem Kanal nie wirklich gezeigt, aber die Spanier hatten zuletzt auf der Definitive Edition eine relativ beliebte Fast Industrial Strategie, weil man mit der päpstlichen Garde ins vierte Zeitalter gehen konnte und dann umsonst sofort die Verbesserung für seine Amrus-Schützen und Pikeniere bekommen hat. Und wenn man dann halt ein Fast Industrial gemacht hat bis Minute 10 oder 11 oder was wie lange das gedauert hat und dann aber auf dem Weg ins dritte und auf dem Weg ins vierte dann angefangen hat wirklich massig Einheiten rauszupumpen, was ja nicht unmöglich ist, weil die Amrus-Schützen und die Pikeniere extremst wenig kosten, hat man auf einmal sofort verbesserte Garde-Einheiten da gehabt. Und das ist jetzt insofern geändert worden, dass sie zwar nicht mehr, dass sie zwar immer noch kostenlos sind, aber man sie explizit nochmal erforschen muss. Genau, vor allem also die Veteranen-Upgrades bekommt man jetzt auch nicht mehr automatisch mit for free. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob man die jetzt bezahlen muss oder nicht, das habe ich nicht getestet, aber bisher war es halt so, dass in dem Moment, wo man das Age-Up bekommen hat, dass also das Veteranen-Upgrade im Prinzip sofort mit übersprungen und kostenlos mit draufgeschlagen wurde. Richtig. Ja, und es ist jetzt auch so, dass es die imperialen Verbesserungen für diese Einheiten nochmal ein bisschen senkt. Also die Kosten dafür, genau, also zum Ausgleich, zum Ausgleich dafür kosten jetzt also die Royal Guard, also die, ja, die imperialen Verbesserungen jetzt eben halt nicht mehr 1000-1000, sondern nur noch 300-300. Was natürlich schon ein Unterschied ist, das betrifft im Übrigen auch alle Völker, die mit der päpstlichen Garde ins vierte Zeitalter gehen können, aber gerade bei den Spaniern war dieses fast Industrial sehr bediebt, weil das halt ein starkes Timing war und das geht jetzt so nicht mehr oder zumindest nicht mehr in der Intensität. Ich meine, diese Verbesserung für beide, Einheitentypen zu erforschen, kostet halt zumindest nochmal 30 Sekunden oder so auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir zum letzten Volk, was hier in diesem Patch wirklich angepackt wird und das sind die Schweden und das war ja auch überfällig, da waren wir uns ja alle einig. Es gibt eigentlich zwei große Änderungen, drei große Änderungen. Das eine sind einmal Söldnereinheiten wurden ein bisschen geändert, die Torps wurden geändert und die Carolina wurden etwas geändert. Zuallererst mal starten sie jetzt mit einer Holzkiste mehr und einer Nahrungskiste weniger. Und in Kombination damit, dass die Torps geändert wurden, ist das ganz interessant, weil das jetzt vielleicht auch sinnvoller ist, nur noch einen Torp und zum Beispiel einen Handelsposten zu bauen oder einen Torp und einen Marktplatz mit Jagdhunden. Inwiefern wurden die Torps geändert? Die Torps sind insofern geändert worden, als dass sie zuallererst mal ein bisschen mehr Raum auf der Karte einnehmen. Also insofern, als dass die Torps nicht optisch größer geworden sind, aber der Abstand um die Torps herum, in denen man keine anderen Gebäude platzieren kann, der ist größer geworden. Das heißt, man bekommt jetzt nur noch maximal vier Torps in dem Rammelradius einer Mine. Also eine Sache, die ich hier gerade mal zeigen will, das führt zum Beispiel auch daran, dass man Torps nicht mehr so weit ins Schwarze hineinbauen kann, weil sie jetzt mehr Raum einnehmen. Und wenn man jetzt mal sieht, ich kann Torps nicht mehr so nah aneinander stellen. Es ist immer noch möglich, vier Torps an eine Mine zu stellen, aber keine fünf mehr, wie das irgendwie früher teilweise ging. Und ich kann die jetzt nicht mehr so auf platzsparenden Raum konstruieren. Das macht auch absolut Sinn. Also das ist auf jeden Fall eine Änderung, mit der ich mich gut anfreunden kann. Genau, richtig. Aber das ist auch nicht der einzige Nerve für die Torps. Das zweite ist, dass sie jetzt also deutlich, also was heißt deutlich, aber durchaus mehr Holz kosten. Also die Kosten sind von 115 auf 125 Holz erhöht worden. Genau, das heißt, für seine 20 Torps, die man idealerweise bauen will, braucht man insgesamt 200 Holz mehr, die man irgendwie sammeln muss. Das dauert natürlich schon ein bisschen Zeit. Ist auf jeden Fall sinnvoll, weil es diesen Torp-Boom einfach auch ein bisschen nervt? Genau, richtig. Und der dritte grundlegende Nerve ist, dass also die Bärenbüsche keine 150, sondern nur noch 125 Nahrung haben, die an den Torps spawnen. Genau, das sieht man hier gerade auch. 125 statt vorher 150. Die letzte, aber durchaus angenehme Änderung ist die, dass man also, wenn man während des Baus des Torps einen Sammelpunkt mit dem Torps setzt, an diesem Sammelpunkt der Bärenbusch gespawnt wird. Das ist insofern einfach ganz nett, als dass man jetzt also die Location des Bärenbusches damit ein bisschen steuern kann, was vielleicht in der einen oder anderen Situation irgendwie Wegfindung oder so ein bisschen vereinfacht oder man vielleicht damit auch irgendwie so ein bisschen wallen kann. Der ist jetzt hier oben gespawnt, der andere spawnt jetzt hier unten. Das ist auf jeden Fall eine ganz lustige Änderung. Das ist schon okay. Auch jetzt nicht super relevant, aber trotzdem ganz nett. Genau, es gibt jetzt auch ein Limit von Bärenbüschen, die überhaupt spawnen können durch Torps, damit man sich damit nicht irgendwie so Pseudo einwallen kann oder so. Was anscheinend Thema war in FFAs vor allem. Lass uns kurz bei den Torps bleiben und direkt über die Heimatstadtladung reden, würde ich vorschlagen. Da hat sich nämlich auch ein bisschen was getan. Zum einen Mal Engelsberg, Hüttenberg ist ein weiteres Mal genervt worden, liegt jetzt bei nur noch plus 100 Prozent. Also die Münzsammelrate verdoppelt sich jetzt einfach. Ist schon crazy. Das ist natürlich noch nicht langweilig, oder? Weil im Zweifelsfalle Langeweile, ja zack, lass mal hier Engelsberg einworks. Ist schon lustig, ne? Wenn man überlegt, dass die mit verdreifachen angefangen hat und jetzt ist es nur noch verdoppelt. Ist natürlich trotzdem noch stark, insofern man viele Torps stehen hat. Und das ist halt jetzt die große Frage. Die Heidelbeeren wurden auch angepasst. Ähm, nee, nicht Heidelbeeren. Doch, Heidelbeeren. Die Brombeeren. Brombeeren. Brombeeren wurden auch angepasst. Und zwar kann man die jetzt noch ein zweites Mal schicken, wenn man jetzt im Imperialzeitalter gegangen ist. Das ist ganz gut. Wenn man dann seine 20 Torps stehen hat, kann man sich halt die Karte nochmal schicken lassen. Kriegt nochmal über Zeit 20.000 Nahrung. Wobei man sich auch fragen kann, ob man die 20.000 Nahrung im Imperialzeitalter dringend braucht. Das muss man ein bisschen abwägen. Und jetzt zu guter Letzt, die Blaubeerkarte wurde komplett überarbeitet. Ihr könnt euch schon mal gewiss sein, dass Blaubeerbooms deutlich seltener werden. Genau, richtig. Und zwar ist die Karte nicht von ihren Auswirkungen her geändert worden. Also die spawnt nach wie vor Blaubeerbüsche, die auch genauso viel Nahrung haben wie vorher. Und sie werden auch genauso schnell abgesammelt wie vorher. Allerdings ist der entscheidende Unterschied jetzt der, dass die Karte nur noch alle bestehenden Büsche in Blaubeerbüsche umwandelt. Das heißt also, wenn man einen Torp baut, nachdem man die Karte geschickt hat, dann bekommt das keinen Blaubeerbusch, sondern wieder nur einen ganz normalen Bärenbusch. Genau, das zeige ich euch eben gerade hier. Und was noch dazu kommt, ist, und das ist auch durchaus spannend, die Blaubeeren haben nicht alle gleich viel Nahrung jetzt, sondern die, die ich ganz zu Anfang des Spiels gebaut habe, hier, sind jetzt bei 450 Nahrung, wogegen die hier unten, die ich gerade erst gebaut habe, bei 480 sind. Das heißt, die Nahrung, die vorher von den Bärensträuchern schon abgesammelt wurde, die sind auch bei den Blaubeersträuchern jetzt schon weg. Genau, die wird also gewissermaßen verrechnet. Genau, was das heißt ist, ein Blaubeerboom in dem Sinne wird nur noch möglich sein, wenn man radikal schnell alle Torps baut, damit möglichst wenig von den Bären abgesammelt wird vorher und dann Blaubeeren schickt. Das macht keinen Sinn mehr, die im ersten Zeitalter zu schicken, weil sobald man die Karte geschickt hat, ist der Vorteil durch die Karte weg. Also jedes Torp, was ich jetzt noch hinstelle, kriegt keine Blaubeeren mehr und 125 Nahrung ist halt wirklich nicht mehr viel im Vergleich zu den 500, die einem die Blaubeeren geben und ja, insofern, das ändert auf jeden Fall diese komplette Boom-Möglichkeit. Ich glaube, es kann trotzdem noch ein starker Boom sein, wenn man am Anfang halt seine Torps alle hinstellt und die ersten 5-6 Minuten in Ruhe gelassen wird mit den 3 Siedlern und 700 Holz kommt man dann ja auch sehr schnell auf seine Torps und dann kann man Blaubeeren schicken, aber in dem Moment, wo man dann wirklich viel Aggression entgegensteht und die Torps eingerissen werden und die Blaubeeren nicht mehr abgesammelt werden können, weil wenn man das Torp nachbaut, spawnt da kein Blaubeerbusch. Das ist natürlich echt ein Riesenunterschied. Ja, das ist aber auch nicht das Einzige, was an den Schweden geändert wurde. Wir werden am Ende der ganzen Änderungen von den Schweden vielleicht nochmal zusammenfassen, wo das jetzt irgendwie die Schweden irgendwie im Meter vielleicht irgendwie halt platziert, was man jetzt irgendwie vielleicht für Strategien mit denen erwarten kann, aber für den Moment, die Einheiten sind verändert worden, die Carolina insbesondere, die sind nämlich, was ihre Reichweite angeht, verändert worden. Wir hatten früher im Handelszeitalter nur 10 Reichweite, das ist jetzt auf 12 angehoben worden. Dafür geben die Upgrades jetzt keine zusätzliche Plus-1-Range mehr. Das heißt im Klartext, dass die im Handelszeitalter und im Festungszeitalter jetzt mehr Reichweite haben, als sie vorher hatten, weil man ja erst mit dem Veteranen-Upgrade auf 11 und dann mit dem Garde-Upgrade auf 12 gekommen wäre. Richtig. Aber im Umkehrschluss im Imperialzeitalter hätte man sonst eben durch diese drei Upgrades 13 Range gehabt, damit hat man jetzt nur noch 12. Genau, in Kombination dazu wurde auch die Schnappschlosskarte, die im dritten im Festungszeitalter man sich schicken lassen kann, wurde auch geändert und gibt nur noch plus 3 statt plus 4 Range und das heißt allgemein haben Carolina jetzt im Late Game deutlich weniger Range, die sie nutzen können. Heißt aber auch, dass sie am Anfang der Spielzeit, wie du gerade sagtest, stärker sind. Dann wurde auch der Schaden geändert für schwere Kavallerie, den dadurch... Also nur gegen Schock-Infanterie, aber ja. Stimmt, genau. Das Peloton-Feuer, was auch eine Karte ist, die man sich schicken lassen kann und ihr Multiplikator gegen leichte Fernkampf-Kavallerie fällt komplett weg. Das kann ich euch auch mal kurz zeigen. Was das heißt, ist, dass die Carolina ihre Daseinsberechtigung als Plänklereinheit einfach ein bisschen verlieren. Also man sieht jetzt hier, den Multiplikator ist nur noch gegen Nahkampf-Kavallerie und ich halte das für absolut sinnvoll, weil es vorher ja auch überhaupt keinen Sinn gemacht hat, groß auf Jäger zu gehen oder so. Die Carolina waren halt so eine Allrounder-Einheit, die hatten übertriebene Reichweite und übertriebenen Schaden gegen jegliche Form von Kavallerie und zumindest gegen leichte Kavallerie sind sie jetzt nicht mehr gut, so wie es ja auch Musketiere nicht sein sollten. Und das heißt, vielleicht sieht man jetzt im Late Game mal weniger einseitige Armeen von den Schweden. Ich finde es interessant, dass sie die Svea-Leibgardisten nicht angefasst haben, weil ich nach wie vor finde, dass das im Vierten Zeitalter eine extrem starke Karte ist. Ja, in der Tat. Aber immerhin kontern jetzt Carolina nicht mehr alle Einheitentypen. Also man hat halt kosteneffizienten Counter gegen Musketiere gehabt mit Carolina. Man hat Nahkampf-Kavallerie im Fernkampf gut auseinandergeschossen. Man hat leichte Infanterie im Fernkampf gut auseinandergeschossen. Man hat leichte Kavallerie gut im Fernkampf auseinandergeschossen. Und wenn man gegen zu viele Plänkler gekämpft hat, naja, dann ist man halt einmal da reingechargt und hat die im Nahkampf weggemacht. Das heißt, es gab im Prinzip keinen Einheitentyp, gegen den Carolina nicht gut gewesen wären, vielleicht mit Ausnahme von Artillerie. Ja, Plänkler waren auch nicht optimal, weil ab einer gewissen Mengenzahl ist es schwer dann den Charge richtig zu machen. Aber du hast prinzipiell schon recht. Sie sind jetzt einfach weniger Allrounder. Passend dazu wurden die Hakapeliten ein bisschen gebufft, haben jetzt einen besseren Fernkampfwiderstand als Dragona-Einheit ja durchaus auch sinnvoll, die sie ja auch ist. Genau. Und es gibt einige Änderungen zu den Söldnern. Und zwar ist es jetzt so, dass man die Jäger und die Schwarzen Reiter standardmäßig im Saloon ausbilden kann. Jetzt kann man sich fragen, was ist denn da mit den Heimatstadtladungen und den Söldner-Vermittler-Age-Shops? Das führt jetzt dazu, wenn man sich die schicken lässt oder mit dem Söldner-Vermittler ins dritte Zeitalter-Age, dass man diese Einheiten ab sofort in normalen Militärgebäuden bauen kann. Genau. Beim Söldner-Vermittler kann man jetzt also die Jäger und die Schwarzen Reiter in Militärgebäuden bauen und bei allen Söldner-Shipments, also sprich irgendwie, was weiß ich, den Pekinieren oder den, also den Schweizer Pekinieren oder den, Landsknechten, wie heißen sie, genau, den Landsknechten, den Fysilieren, den Jägern, den Schwarzen Reitern oder den, ähm, äh, Hochländern. Genau. Das war noch die letzte. Ähm, wenn man sich jeweils diese Söldner-Shipment schicken lässt, dann kann man die entsprechende Einheit halt auch in einem Stall beziehungsweise in einer Kaserne ausbilden, was insbesondere halt zum Beispiel mit den Fysilieren, den Jägern und den Schwarzen Reitern durchaus eine, ja, durchaus, ja, neue taktische Möglichkeit bietet. Das heißt, man kommt einfach einfacher an diese Söldner ran. Genau, die Fysiliere, die man sich aus der Heimatstadt schicken lassen kann, liefern jetzt auch noch nur noch drei statt vier, sind dafür auch um einiges günstiger geworden. Das ist, glaube ich, auch ganz sinnvoll. Die vier Fysiliere im zweiten waren schon ziemlich stark, auch wenn sie natürlich auch sehr teuer waren. Das sind so die Änderungen zu den Schweden. Ähm, das heißt, um das nochmal kurz zusammenzufassen, wir haben weniger Möglichkeiten mit den Torps zu boomen beziehungsweise mit den Torps auf Blaubeeren zu boomen, ist extremst riskant. Ohne Blaubeeren ist es kaum noch ein guter Boom, weil sie sind teurer geworden. Die Sammelrate von Münzen mit der Verbesserung Engelsberg-Hüttenwerk wurde genervt und sie können, sie kriegen nur noch weniger Beeren zum Absammeln. Das heißt, Torps ohne Blueberries zu boomen ist durchaus irgendwie ein bisschen schwierig geworden. Zusätzlich jetzt mit der neuen Holzkiste macht es vielleicht auch am Anfang gar nicht mehr so viel Sinn, zwei Torps zu bauen, sondern ein Handelsposten oder ein Marktplatz ist vielleicht sinnvoller. Und das nimmt schon einiges am Boom-Potenzial. Ich glaube trotzdem, dass ein Blaubeer-Boom immer noch sehr stark ist, wenn man wirklich sechs Minuten, sieben Minuten, acht Minuten durchboomt und sich dann die Blaubeeren schicken lässt, ist es glaube ich immer noch sehr stark, aber es ist halt auch viel riskanter. Weil wenn dann die Torps eingerissen werden und die Blaubeeren nicht sicher absammeln können, dann hat man echt ein Problem. Weil das Shipment hat man investiert. Und es ist schwierig, dann das Investor für nochmal rauszubekommen. Und insbesondere dadurch, Gleichzeitig, sorry. Ja, dadurch, dass die Carolina auch am Anfang mehr Reichweite haben und am Ende weniger, ist das ja natürlich auch eine etwas rushigere und im frühen Spiel stärkere Einheit geworden. Genau, außerdem bekommt man zusätzliche Rush-Optionen. Ich weiß gar nicht, ob du es eben erwähnt hattest. Es gibt als zusätzliches Shipment im zweiten Zeitalter für die Schweden jetzt drei Husaren. Ja, genau, richtig. Die gab es bisher einfach nicht. Stimmt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass jetzt eben die Fuseliere deutlich billiger geworden sind. Man bekommt aber halt auch nur noch drei statt vier. Das heißt, man kann die jetzt aber halt auch schon im zweiten Zeitalter in Kasernen ausbilden. Das heißt, man hat jetzt also mehr Rush-Optionen, mehr Einheiten, die man sich schicken lassen kann. Die Carolina sind ein bisschen stärker geworden im zweiten Zeitalter. Das heißt, vom Gameplay werden sich die Schweden wahrscheinlich jetzt mehr anfühlen wie eine normale Rush-Nation in Anführungsstrichen und weniger wie dieser besondere Hybrid zwischen einer Rush-Nation und einer Boom-Nation. Was natürlich den Schweden ein bisschen so ihren individuellen Flair nimmt auf der anderen Seite, aber halt auch, naja, sie ein bisschen fairer balanced. Weil also vorher waren sie halt mit ihrem Boom schon teilweise einfach extrem stark und die Carolina waren im Late Game halt einfach auch zu gut. Man wird aber, wie du das gerade gesagt hast, wahrscheinlich jetzt weniger von diesen Fast Industrial-Spielen sehen und einfach halt mehr frühe Aggression von Schweden. Insbesondere kann man es auch besser kontern jetzt. Also man, das Torps einreißen, war es vorher immer so, es macht keinen Sinn, gegen den Schweden die Torps einzureißen. Der stellt die einfach wieder neu hin und lacht sich ins Fäustchen. Das wird halt nicht mehr so sein. Wenn man bei dem Gegner Blueberries irgendwo sieht, dann weiß man, drauf und Torps wegreißen, weil die Karte ist durch. So, die wird nicht wiederkommen. Ja. Exakt. Hm? Ich sag's mal exakt. Ja, exakt. Exakt, exakt. Gut, nach zehn Minuten zu den Schweden. Lass uns noch kurz hier den Sack dicht machen. Zufallskarten, Random Maps, das Handelsmonopol ist jetzt verfügbar, sobald man eine Karte spielt mit mindestens zwei Handelsposten. Das macht auch Sinn, denke ich. Es ist nicht mehr möglich, im Vertragsspiel ein Handelsmonopol zu spielen. Auch das halte ich irgendwie für sinnvoll. Es gibt jetzt die Möglichkeit, bei Casual Games ein Zielzeitalter sozusagen festzulegen, womit das Spiel praktisch beendet wird. Und man kann Startressourcen angeben. Ich weiß nicht, warum das bei Random Maps steht. Das irritiert mich irgendwie. Aber man kann jetzt in Casual Games auch unterschiedlich viele Startressourcen einstellen. Das ist auch ganz lustig. Genau. Damit kommen im Prinzip die Deathmatches wieder zurück, die es ja auch im normalen Edge of Empires 3 gab. Jetzt kann man nämlich halt entsprechend so mit unterschiedlichen Abstufungen zusätzliche Startressourcen einfach einstellen. Ganz genau. Das ist ganz nett. Die Maps wurden teilweise ein bisschen alles anders gebalanced. Auf Bayou gibt es jetzt auch eine kleine Turkey, also eine kleine Truthahnherde. Ich glaube, Bayou war diese Karte, wo ich letztes Mal wirklich irgendwie zwei Minuten nach einer Herde gesucht habe an einem Community-Abend. Das war echt die Hölle. Ist auf jeden Fall ganz schön, dass sie an den Karten noch ein bisschen rumoptimieren. Genau. Es gibt da noch ein paar andere Änderungen an anderen Karten, die werden wir jetzt im Einzelnen nicht aufzählen. Aber bei Lobbys und Matchmaking gibt es noch ein paar wichtige Punkte. Das Erste ist, also es gibt eine weitere Komfortfunktion, die ich auch schmerzlich vermisst habe. Wenn man jetzt also in einem Spielebrowser ist für zwanglose Spiele und da also nach Spielen sucht und feststellt, man findet kein passendes, dann gibt es da jetzt eben auch direkt einen Host-Spiel-Button. Das heißt, man muss jetzt nicht mehr umständlich zurück ins Menü und dann da nochmal die andere Option auswählen. Man kann direkt aus diesem Spielebrowser heraus ein Spiel aufmachen. Das ist sehr angenehm. Genau. Dann kann man jetzt auch die Region auswählen oder die nächste Region auswählen, um Server und Spiele zu finden. Das ist auf jeden Fall auch ganz gut. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, bei Mods und Custom-Szenarios Free-for-All, Farben, Zivilisationen und auch Teams einzustellen. Das ist auch super gut und wichtig. Natürlich haben sich viele darüber beschwert, dass man bei Colosseum beispielsweise seine Zivilisation nicht picken konnte, nicht auswählen konnte. Das geht jetzt alles. Es ist trotzdem noch einiges. Das haben sie auch geschrieben, was mit den benutzerdefinierten Szenarien noch nicht ganz optimal läuft und es ein bisschen tricky noch ist. Aber sie arbeiten dran und das ist schön zu sehen, weil es ja auch für viele Leute ein wichtiger Teil des Spiels ist. Genau. Das war es im Prinzip eigentlich auch schon. Ach nee, eine wichtige Sache habe ich gerade noch übersehen. Und zwar versuchen sie weiter das Spiel auch für Leute mit langsamen CPUs, also mit schlechteren Rechnern halt ein bisschen angenehmer zu machen. Da gibt es wohl oder gab es wohl das Problem, dass also Leute mit zu langsamen CPUs auch mal aus Spielen rausgeflogen sind, weil die CPU nicht hinterhergekommen ist. Jawohl. Und das soll jetzt eben weniger auftreten. Genau. Ansonsten ein paar Änderungen für die AI, die für uns nicht so wichtig sind. Wenn ihr viel gegen AI spielt, wollt ihr da vielleicht nochmal im Detail reinschauen. Modding ist auch nicht wirklich so wichtig, aber wie gesagt, gut, dass sie daran arbeiten. Und ansonsten noch die bekannten Ongoing Investigations. Es gibt noch ein Problem mit dem Wegfreikämpfen, also dem Attack Move. Da sind sie wohl dran. Da bin ich mir nach wie vor nicht sicher, ob ich einfach nicht gut damit spiele oder nicht immer gut damit spiele oder ob das teilweise dem Spiel geschuldet ist. Wie gesagt, Mod Support. Da haben sich natürlich auch andere Leute darüber beschwert, insofern. Ja, richtig. Mod Support, Custom Karten, dann das Einheitenfeststecken, was wir ja teilweise auch schon moniert haben, was ja schon auch stark verbessert wurde. Crashes, wie ihr das kennt, aber wichtig auch nochmal der Hinweis, wenn ihr irgendwelche spezifischen Probleme habt, wie zum Beispiel, dass euch die Silhouette von Einheiten hinter Gebäuden nicht angezeigt wird oder allgemein hinter irgendwelchen Konstrukten auf der Karte, dann bitte lasst es die Leute im Forum wissen, schickt es an die Entwickler, sie versuchen da wirklich irgendwie auf euch zuzugehen und ich glaube, mit dem Patch haben sie jetzt auch vieles wieder in eine noch bessere Richtung bewegt. Insofern sehr schön zu sehen. Ja, und das wäre es glaube ich zu diesem Patch wieder ein Monster-Video, aber gerade die Sachen mit den Schweden war glaube ich wichtig, dass wir das auch im Detail erklären. Ja, auf jeden Fall. Ja, insofern bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Checkt unseren englischen Kanal, da haben wir vor kurzem auch das Strategie-Video mit Soldier mit einer Holländer-Taktik vorgestellt, welche nach wie vor vollkommen fähig ist, auch auf der Definitive Edition gespielt zu werden. Die ist von diesem Patch nicht wirklich betroffen. Ja, letztes Video kam bei uns hier auf dem Kanal. Gestern, wenn ihr mehr Videos wollt, geht auf den englischen Kanal, da kommen auch jetzt nochmal welche und ansonsten gibt es hier das nächste Video dann irgendwann am Wochenende. Genau, in diesem Sinne bleibt uns, ja, wie du sagst, nichts anderes zu sagen, außer bleibt gesund. Genau, und man hört sich in zukünftigen Videos. Macht's gut, auf Wiedersehen.